Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie Sie die kommenden Festtags-Einkäufe gut über die Runde bringen können. Informieren Sie sich doch einfach zu Hause, und zwar in aller Ruhe in der GOB-Festtagszeitung, die Sie jetzt alle diese Woche in Ihrem Briefkasten finden. Hierin hat es viele Menüvorschläge und 300 Festtagsangebote, und zwar vom Apera bis zum Dessert. Für die Geschenkidee ist natürlich nicht mehr so viel Zeit. Wir haben Ihnen hier ein paar Vorschläge. Der Silver Stereo Radiorekorder hat zwei Kassettedecks. Alles in einem bietet Ihnen die Panasonic Hi-Fi Kompaktanlage. Die Weltneuheit Kodak Disc 6000 gibt es bei GOB mit 5 Jahren Garantie. Wo Sie die Stereo- und Fotoartikel bekommen, steht in Ihrer GOB-Zeitung von dieser Woche. Und in allen GOB-Centern und in den GOB-Warenhäusern finden Sie jetzt diesen Casio Tischrechner für alle wichtigen Rechenoperationen. Er hat eine LCD-Anzeige und einen Drucker. Oder wie wäre es mit diesem Päckchen? Mit so praktischen Elektrohaushaltgeräten wie der Satrap Kaffeemat, kompakt für 10 Tassen. Der Satrap 3-Mix hat drei Geschwindigkeiten. Und als Zusatz ist ein Schnellmixstab erhältlich. Das Satrap Elektromesser hat Sicherheitstasten und schärft sich selber. Und das sind Exklusiv-Angebote von Ihrem GOB-Warenhaus. Das romantische Velour-Ensemble und der Velour-Döster, beide mit Reissverschluss und einem originellen Stechräger. Oder das verführerische Satinette-Gemsuit mit der Spaghetti-Träger. Ebenfalls schick der Wickeldöster, samtgewobben mit Smoke-Garnitur. Diese eleganten Dresse für zu Hause, die finden Sie jetzt also sehr preisgünstig und exklusiv in Ihrem GOB-Warenhaus. Sie sehen also, wenn Sie noch Geschenkideen brauchen, dann gehen Sie am besten zu GOB. Und natürlich auch, wenn es ums Gutes Essen geht. In diesem Fall schalten wir schnell rüber in die Studioküche zum GOB-Rezept dieser Woche. Grüezi miteinander. Heute habe ich Ihnen einen Tipp, wie Sie abwechslungsreiche Festtagsmenü auf einem Tisch können, ohne dass Sie lange mehr in der Küche stehen. Probieren Sie einmal die Gewickfleisch-Spezialitäten von GOB. Zum Beispiel eine Gewickschäufe. Es ist im eigenen Saft fix fertig gekocht und darum zu Hause einfach anzurichten. So wird es gemacht. Im heissen Wasser fünffviertelstunde sieden, aus dem Frischhaltebeutel rausnehmen und dann in schöne, saftige Tranchen schneiden. Das geht sehr leicht, denn die GOB-Gewickschäufe sind ohne Bein. Diese Gewick-Spezialitäten finden Sie bei GOB in grosser Auswahl und zu vorteilhaften Preisen. Ich wünsche einen guten. So, damit danke Ihnen fürs Zuschauen. Und wünsche Ihnen noch viel Spass bei den Fest-Axie-Käufen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB Nescafé Gold, Deluxe oder Espresso 200g statt 12,30 nur 10,90. Und Serenade Koffeinfrei 200g statt 13,90 nur 12,40. Inkarom 2 Nachfüllbeutel an 275g statt 8,80 nur 7,20. 2 Beutel Midi-Rösti statt 4,60 nur 3,60. Tiefgrillter Rahmspinat, Goldstar statt 2,20 nur 1,70. 2 Becher Coupe Chanty, Chocolat, Vanille oder Caramel statt 1,50 nur 1,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Aprikosencake statt 4,20 nur 3,20. Brüsseler Endivie 500g nur 1,60. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF fürқil abolitionist.